Hallo und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum. So, wir müssen jetzt in den botanischen Gärten Harley Quinns Fingerabdruckspur aufnehmen. Das heißt, wir müssen das Ding jetzt hier erstmal wieder verlassen. Rechts, rechts und dann, ja, immer geradeaus. Okay, ich weiß gar nicht, sehen wir jetzt hier schon die Fingerabdrücke? Ich habe das in der letzten Folge pro... Hm, ja, wenn ich das schon wieder... Wenn ich das schon wieder sehe hier mit der... Diese kleinen Gaunerin zu sein, sie hat ihre Sache ganz gut gemacht. Eine glatte Zwei unter uns. Ich will eine Eins bekommen. Ich muss nur noch ein paar Chemikalien mischen. Und dann erschaffe ich meine ganz persönliche Armee. Das wollen wir natürlich nicht erleben. Wahnsinnigen Abwerfen, ja. So weit haben wir es ja auch noch nie kommen lassen. Okay. Ich hätte auch vorgewarnt sein können, den haben wir ja schon kommen sehen. Beziehungsweise, wir haben ihn ja schon da hocken sehen. Mit unserem Batscanner. Jack, wir sehen, dass der Zugang zur Insel abgedeckt wurde. Das sind die Kunde für die Teil besetzen, die Checkpunkte. Das stimmt. Die Insel ist wirksam vom Festland abgeschnitten. Nichts kommt an oder geht ab. Erste Meldungen, die besagen, dass Batman sich auf der Insel befindet, scheinen bestätigt zu werden. Augenzeugenberichten zufolge hat der Joker nach dem Vorfall im Büro des Bürgermeisters zurück nach Arkham gebracht. Es gibt unbestätigte Berichte, dass Batman während Jokers gewagt im Ausbruch getötet wurde. Aber ich betone nochmals, dass es bisher unbestätigt. Wir melden uns bei neuen Informationen. Zurück ins Studio. Danke, Jack. Mehr darüber in Kürze. Wie Jack berichtete, wissen wir es nicht sicher. Aber es sieht so aus, als ob Batman bei einem Ausbruchsversuch getötet wurde. Bleiben Sie bei uns, um die neuesten Nachrichten zu erhalten. Jetzt zurück zum regulären Programm. Tja. Zwei Gegner geortet? Ah ja. Okay, den hätten wir. Ein Gegner noch geortet. Und wo soll der sein? Ach da. Ah. Ah, der war aber auch schnell. Und wo soll der sein? Ah, mein Vater. Ah. 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 Komm, bist du noch nicht dicht genug dran, oder was? Das sind ja alles so ne... Okay, nehm ich mir mal der Reihe nach vor. Nein! Oh, das gibt's doch nicht. Na komm. Gut, eigentlich sind die relativ leicht zu handeln. Ich brauch da gar nicht den Battle Ring nutzen. Was ist der Nächste? Ach, Mann. Falsche Taste. Da oben ist noch einer. Aber wir müssen in die andere Richtung, ne? Ich glaub, ich bin hier völlig falsch. Oh, der hängt da an der Wand. So. Ja, wir müssen in den anderen Bereich zurück. Ich glaube, es ist auch egal, welchen von den beiden Tunneln ich nehme. Ach, guck mal an. Wir haben da drüben eine Riddler-Trophäe. Und so wie das aussieht... Ist das da eine zerstörbare Wand, oder? Ja. Das heißt, ich muss irgendwie von da drinnen... ...durch diese Wand kommen. Schaffen wir das? Logisch. Das bringt mir jetzt hier nicht wirklich was. Auch hier haben wir wieder die Verrückten. Na komm. Mann! 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 So, die hätten wir. Figur freigeschaltet. Was? Scarface? Upgrade. Okay, machen wir. Was haben wir denn da? Ja, erhöht die Effektivität des kryptografischen Sequenzers. Dies erleichtert wiederum die Deschiffrierung von Sicherheitssystemen. Ja. Ermöglicht Batman nach einer achtfachen Kombo ein sofortiges Ausschalten, das nicht abgewährt werden kann. Nach einer Spezialkombo kann Batman weitere Attacken aneinander rein. Das ist dieses, ähm, was ich ja da immer für dieses Ausschalten am Boden gehalten habe. Ausschalten im Kampf. Ähm, wir machen das jetzt einfach mal. Und eine achtfach Kombo zu erreichen ist nicht einfach, aber... Ja, wir gucken mal. So, ich hab jetzt grad gedacht, dass man auch hier die Wand zerstören kann, aber ich glaube nicht, dass das geht, oder? Das sieht ein bisschen komisch aus. Ja, ja, sprüht's schon da unten. Äh, das wird wirklich... Nee. Aber wir müssen ja trotzdem irgendwie an diese eine Stelle kommen. Das hier wird auch nicht zerstörbar sein. Glaube ich nicht. Nee. Alles klar. Da kommen wir nicht rauf. Aber das wäre ein idealer Spot. Aber da scheint auch nichts zu sein. Und dann sind wir ja jetzt hier auch schon durch den Tunnel durch. Ja. Da kommt der nächste Irre. Ach, da oben drauf. Okay. Der ist sofort tot gewesen. Der ist sofort tot gewesen. Und da ganz oben sieht es auch verdächtig aus. Okay. 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 Jawohl. Okay. 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 Welcome to Botanical Garden. Und, ähm, ich denke mal, das wird nicht angenehm werden. Was haben wir denn? Bevor ich da jetzt reingehe, ich muss mal kurz gucken, da hinten ist auch noch eine Sicherheits... Oh, oh! Auch noch eine Sicherheitsschranke. Die können wir sogar knacken. So, was haben wir hier? Vier Gegner geortet, aber die werden draußen sein, ne? Oh, ja. Ein Tonband. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 20. Joker ist interessanter, als ich dachte. Wenn das Projekt Titan einsatzfähig ist, wäre Joker das perfekte Versuchskaninchen. Guten Tag. Heute dachte ich, dass wir zu unseren früheren Gesprächen über deine Familie zurückkehren. Natürlich. Ich wurde in einem kleinen Fischerdorf geboren. Ich wollte immer zum Zirkus. Aber mein Vater ließ mich nicht. Ich glaube dir nicht. Mein Vater war Bulle. Ihr stand eine Woche vor der Pensionierung, als der Mord. Ich hab den Film gesehen. Wovor hast du Angst? Angst? Ja, Angst. Da gibt es offensichtlich etwas. Etwas, das dich zu dem gemacht hat, was du bist. Was? Was, wenn ich zu viel Angst habe, um mich zu erinnern? Es tut mir zu sehr weh. Dann kann ich dir helfen. Ja. Es gab ja da diese Verfilmung mit dem Joker. Ich komme jetzt nicht auf den Namen des Schauspielers. Sympathischer Kerl. Ich kannte ihn noch aus dem Film Science. Das mit dem... Ich glaube, Bruce Willis hat auch mitgespielt gehabt. Und da fand ich ihn grandios. Aber in der Rolle des Jokers, oder allgemein auch diese Verfilmung, fand ich jetzt nicht wirklich gut gemacht. Also, ja, der Film hat mir überhaupt nicht gefallen. Und interessanterweise gibt es da ja jetzt eine Fortsetzung. Hätte ich nicht gedacht, dass die das produzieren. Weil ich eigentlich auch dachte, dass der erste Teil gefloppt ist. Also... So. Wir sind in den botanischen Gärten angekommen. Und sollen ja jetzt der Spur der Fingerabdrücke folgen. Oh, was haben wir denn hier? Ja. Aber so wie es aussieht... Ich meine, schaut euch die Fingerabdrücke mal an. Fingerspitzen zeigen in dieser Richtung. Ich darf bei der Suche nach der Titanen-Produktionsstätte keine Zeit verschwenden. Ja. Ja, ja. Die zwei da hinten sind bewaffnet. Ich bin jetzt gerade am überlegen, ob wir die Folge an dieser Stelle jetzt hier erstmal beenden. Und, ähm... Oh, hat der zwischengespeichert? Ich muss mal nochmal gucken. Weil eigentlich speichert er beim Ortswechsel immer. Ja, jetzt saved er gerade. Gut. Und dann machen wir in der nächsten Folge genau hier weiter. Ich bin schon gespannt, was uns hier erwartet. Ich vermute, dass wir es auch mit Poison Ivy zu tun bekommen. Ja, ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich hat es euch gefallen. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns. Dehacer-P Audikator-Ger heure. Dehacer-P� realise. Find mal das füriyim oder was?